ja hallo und hallöchen meine lieben freunde und damit auch wieder zurück beim community fahrer begrüßen heute spielen wir das allererste retro game wird aber auch zeit im community fahrer ja auf keine demo unser super mario land 2 wurde sich gewünscht vom lieben klusi und ja das spielen wir heute ich habe dieses spiel schon unzählige male habe ich habe noch was offen das könnten wir eben leben okay wir gehen gerade nichts warum auch immer immer mit habe ich jetzt echt so einen krassen deal ich hoffe nicht das kann wie nach einem krassen deal angeführt auf jeden fall muss ich das spiel erstmal auto stellen da gebe ich euch vollkommen recht das ist wahr aber war ich leider für mich leise und ja selber habe ich das spiel noch nie gespielt aber unzählige mal in streams gesehen und deshalb ich habe erfolge 3 guckt da war ich sehr schlecht ich weiß nicht wie es jetzt sein wird aber ich denke wir kriegen das einigermaßen hin ich meine so oft wie ich das bei volo stream gesehen habe sollte ich eigentlich ein gewisses vorwissen haben weil es ist auch eigentlich nur so ein ok noch 15 mario hat sich jetzt schon fast wieder viel sein das hat eigentlich auch nur mario spieler und da rennt er darauf von links nach rechts und sammels dein zeugern und bist ein fröhlicher klemmt noch ein pflegter rumpa hallo ja er hat mir die ersten zwei lange schon angeschaut aber jetzt nicht ganz so genau aber nur mal kurz drüber gehen gelünster jetzt mal und ja ich bin sehr gespannt wie ich weiß auch nicht wie lange das spiel und bla aber es ist mein erstes mal so mario land 2 ich werde heute so gesehen ein junger von der seite live dabei war eine blume im vorletzten woher soll das auch ein lai wie ich wissen was ich vorher herausgefunden habe was wie ging das runter und springen dass sie auch den spin jump so gesehen gibt habe ich habe ich gefeiert der spin jump ist cool den mag ich auch in mario world der spin jump der ist ein kuba du fall über ein kuba du fall in kuba wir können wir nach oben gehen oder wie war das ja dann können wir die obere klinge leuten und dann kriegen wir dieses boden spiel und was auch immer ich kenne ein bisschen super war eine zweite ich aus aber ich mag nicht so gibt mir irgendwas karotte leben 31 abs geil ich glaube nicht dass ich in diesem spiel so schnell sterben kann aber so was können wir jetzt eigentlich der welt aussuchen oder wie ist das müssen wir wohin du musst immer aussuchen ok da können wir zu war aber wir müssen ja noch alle weg wir können da hin okay das war jetzt so auf dahin zu gehen auch stimmt wohl ich habe einfach auf mit komischen dingen einfach zur treize und ich denke es wird das beste sein für alle beteiligten und wir gehen mal ins erste level und gucken was wir sie machen wie sehen wir aber die feuer blube so ok ja komm ich habe gesagt dass der samstag ist ja die woche war sehr stressig für mich ich habe sehr viel zu tun gehabt da war es mit dem auto da war es mit dem handy da war es vom geschäft da waren gebastag daher gab es diese woche ein paar weniger videos ein bisschen zeit versetzt und bla das möchte ich nächste woche eigentlich wieder ändern wenn das wieder geht es kam auch zweimal kein daily vlog das lag aber eher daran weil ich keinen bock hatte der sollte aber heute wieder kommen wenn alles so läuft wie ich mir das vorstelle kommen heute geile vier videos und heute noch ein stream ja vielleicht läuft er auch ja es sollte gehen oder raus wow das war toll mich hier nicht raus nee es scheint nicht so fein level lässt mich nie mal da hoch ja auf jeden fall möchte ich heute in der wendigen challenge machen wenn 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 alles so läuft zeitlich wie ich mir das vorstelle läuft es ihm vielleicht sogar schon ich weiß auch nicht wann das kommt ich weiß generell nicht wie ich die videos morgen kommen lasse und ich bin für mich ist freitag abend um zehn und ja ich bin jetzt gerade meine planung zwar das ist das mal aufnehmen und danach planen wie ich was machen will und ja aber das team die das eigentlich ich möchte ich schon machen auf hat er ja ein gewert so ins ziel aber ja guckt am besten jetzt schon mal auf hitbox kann seiner läuft schon kann seiner läuft doch nicht und er ja genau in diesem komischen wasser schwimmen genau ich denke ich höre irgendwie oder so wisst ihr was wir wir lassen das einfach ich weiß nicht ob wir dahin können ich glaube nicht gehen wir einfach weiter runter das level ist irgendwie etwas strange life is strange level ist strange genau dass das war ein schlechter witz ich weiß was wollte ich lustig zu dir ist ja gut beräugt dich hör doch auf zu weinen mann da bist du ja todes langsam krieche sie kreis 4 ok ich soll damit aufhören ja okay pilz wow 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 easy. Wir haben keinen Schaden bekommen und haben den Pilz! Los, Mario! Please! Ich scheitere in diesem Sprung gerade. Das liegt total ab. Ich brauche einen neuen Xbox-Kontroller. Wisst ihr das eigentlich? Ich brauche einen neuen. Der geht nicht mehr. Okay. Ich gucke mal, ob wir hier runter können. Das ist mir sicher. Hallo? Okay. Seht safe aus. Können wir hier durch? Nur als Mini-Mario. Wir sind kein Mini-Mario. Ich kriege die Krise mit diesem Controller. Ah, die Wärter kommen nachher stacheln, oder? I knew it. Ich kann nachher mein Bild sind wir da gerade weg. Keine Ahnung worden. So. Ich sage jetzt mal eben ein Bild von diesem Controller. Der ist nämlich nicht toll. Der ist der Controller und hier ist die A-Tax. Wenn ich die reindrücke, dann bleibt jemand mal drin. Ja. Der Controller ist mittlerweile... Boah. Der ist schon uralt. Den habe ich mir damals eigentlich wegen... Mario? Muss ich jetzt... Achso, ich muss jetzt aussuchen, wo ich hin will. Ich will jetzt in den Arm beißen. Den habe ich mir damals eigentlich nur wegen dem Spiel Castle Crashers geholt. Ja, und... Ja. Das war's auch schon. Wann ist er? Oh, da ist ein Leben! Das hätten wir tatsächlich ganz gut gebrauchen können, weil wir sind danach gestorben. Ja, well. Well, 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 well. Okay. Pilz! Fuck. Eine Blume. Kommen wir hier rein? Nein. Da. Nein. Ah, die schießt Feuer! Was mache ich eigentlich schon wieder? Was... Was ist das? Das ist nicht akzeptables Gameplay, was ich hier abliefer. Jetzt aber, Pilz! Ah! Toll, Patrick. Toll machst du das. Toll. Mach weiter so. Das ist super. Super. Yo. Ihr seht hier, den absoluten Profi bei der Arbeit. Also, Mario, please. Pilz und darüber. Dankeschön. Ah, ich hab dich gedugt. Bitch. Bitch, please. Okay. Na, nochmal eine. Also, ich weiß ja auch nicht, wann die rauskommen und wann... Ich muss sie hoch. Ja. Er ist doch selber drauf gekommen, Patrick. Oh Gott. Fahrende Plattformen. Revolution. Ein Leben. Geh auf das Leben. Ihr will... Oh Gott. Ich muss hier jetzt echt blind. Okay, doch kein blind. Hier ist ein Blatt. Ich hab's gesehen. Ein Fisch! Oh Gott. Geh weg, Fisch. Hallo? Das Fisch macht mir Angst. Es verwirrt mich. Na! Oh, Pilz! Ich... Ja. Der ungeschnitten und... Der... Der... Er war immerhin dazu sagen, so. Klus, ich hoffe, dir gefällt das Video. Ähm... Wie hoffe, dir den anderen fühlt sich auch. Fick dich Blume, mir egal. Ich hoffe, die anderen fühlt sich auch. Und da... Sehe die Maus eigentlich. Ja. Ich werde zum Mock 2.0. Seht 24.7 die Maus im Bild. Was hat das eigentlich gerade für eine Aktion? Ich springe wieder mit dir drüber. Es liegt übrigens alles am Controller, wenn ich das mal eben so sagen dürfte. Leckt alles am Controller. Hä? Okay. Man muss ja auch sagen, ich entdecke das Spiel gerade zum allererstesten Mal. Und ja, ich möchte nicht, dass ihr mir das jetzt nicht anrechnet, dass ich hier alles blind spielen muss. Ich als, ähm, der, der große, äh, keine Ahnung, Baum. Bin Baum und so. Geh weg, Viech. Lass mich in Ruhe. Du auch. Geh weg. Geh weg! Danke. So. Diesmal verkacken wir hier nicht. Ameise! Stirb! Ah, noch ein Ballad vor. Also, da ist jetzt aber auch einfach vorgerutscht. Ganz ehrlich. Ich bleibe stehen und Mario denkt sich, hm. Ich könnte jetzt noch ein, zwei Blöcke weiterlaufen. Arschloch. Weißt du, das ist, hm. Okay. Ich, wir, wir werden das jetzt so weiterprobieren. Das ist langweilig, immer das gleiche Level zu dir, schneid das raus. Nein. Nein. Ich schnöre das nicht raus. Aber, vielleicht doch, aber, na, ich mache, also. Ich habe mich gestern erst mit meinem Kollegen unterhalten. Aus Fehlern lernt man mehr. Ich habe diesen Fehler mit der Vollblumen. Ist jetzt jedes Mal begangen, wenn ich da vorbeigegangen bin. Jedes Mal. Das ist nicht gut. Menschen, die aus ihren Fehlern nicht lernen, sind doofe Menschen. Oh Gott, wir sind zum ersten Mal hier. Okay. Konzentration. Alter. Mich hat Windows gerade minimal erschreckt. Du hast... Ach, mit dem konnte ich irgendwie fliegen, ne? Genau. Ist das richtig? Ach, ja. Yay. OP-Item. Ich habe nie mehr bekommen. Komm, jetzt kriege ich das mal live in der Folge richtig schön unprofessionell nach. Ich habe ein Abonnent bekommen. Danke an Asfuchan Aj. Geil. Geil. Haben wir jetzt einfach mal live in der Folge. Warte mal. Das kann ich euch doch auch zeigen. Kann ich euch das zeigen? Weil ihr das jetzt meine privaten E-Mails und so Zeug seht. Ne, das lassen wir. Das lassen wir. Ist egal. Aber auf jeden Fall danke für die... Für den... Fürs Abonnieren. Vielleicht siehst du ja diese Folge jetzt gerade. Weißt du... Hast mich... Dann weißt du... Ja, ich... Ich habe das mit dem Abonnent mitbekommen. Sogar wenn ich aufgenommen habe. Wie lange ich mir noch bei meinen Abonnenten... Nein, ich möchte es ja nicht behalten. Sorry, Raupe. Du bist Kamaii. Aber ich muss hier, glaube ich, rein. Geh da rein. Mario, danke. Wir fliegen einfach wieder alles. Ganz einfach. Wenn mir das Spiel die Möglichkeit gibt, dann tue ich das auch. Ganz einfach. Ah, Biene! Raupe! Biene! Raupe! Item weg! Biene! Ich... Kann ich nicht auf die drauf springen, kann das sein? Bin mir gerade irgendwie nicht sicher, weil... Entweder ich habe wirklich jedes Mal gemisst. Wo ist der nicht die Hälfte? Da. 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 Da kommen Blumen raus. Da. 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 Blume weiterhin. Du bist jetzt nur ein Pilz. Blume! Yay. An der Blume, Leute. Ich bin sehr happy. Dafür gibt es erstmal drei Likes. Oder am besten ihr liked das Video auch dreimal. Dann haben wir alle was zu gesagt. Ja, dreimal erstelle ich jetzt. Sollte ihr es noch nicht haben. Zwei, drei Accounts. Und like dieses Video dreimal. Weil, wie man ja weiß, werden YouTuber doch Likes bezahlt. So, nicht anders. Nur noch Likes. Kriegen wir Geld. Wenn wir keine Likes auf den... Ich kann ja nicht mit der Blume abschießen. Woher soll ich das denn wissen? Woher soll ich wissen, dass ich die nicht mit der Blume abschießen kann? Was war das jetzt für eine Aktion? Oh, Stern! Stern, 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 Stern. Eins. Können wir zusammen bis 13, Leute? Wir haben schon die Eins. Hier muss doch wohl irgendwo irgendwas nützliches drin sein. Es kommen schon. Wenn hier jetzt nichts drin ist, dann... Fickt euch. Fickt euch ins Knie. Tschüss! Du kriegst kein Item, Patrick! Ja, danke. Ist das schon der Boss oder so? Ich hab keine Ahnung. Oh. Oh, was ist... Oh Gott. Oh Gott. Döp. 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 Oh. Ein fliegendes Fisch. Danke. Noch ein fliegendes Fisch. Hallo, fliegendes Fisch. Dankeschön. Tschüss. Noch ein fliegendes Fisch. Hä? Hä? Dankeschön. Danke. Du bist toll. Eine Wolke. Hey, Wolke. Bleib hier. Wolke. Fein Wolke. Lag nur an der Wolke. Lag nur an der Wolke. Okay. Oh, Alter. Ihr müsst hier auf das Ding warten. Warum rutscht die so? Richtig huchensöniges Verhalten von Mario. Ohne Witz. So. Bring ihn da hin. Nimm den Pilz. Hallo, Goomba. Hallo, Goomba. Also. Ich. Weiß ja nicht. Irgendwie. Was ich hier tue. Aber. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Hallo. Oft machen Fates ja mehr Spaß als, ähm, Skill. Ich hoffe, ihr euch jetzt auch so, weil ihr hier gerade nur Fates seht. Übrigens, wenn hier, ich spiele das, ich möchte es einfach mal fragen, weil, äh, für die Zukunft folgen. Wenn sich hier Leute mit dem sogenannten BGB-Emulator auskennen und da gute Einstellungen kennen, wie man das am besten einstellen kann, dass es am besten aussieht. Also halt die Konfigurationszeug, dann können wir mir das gerne mal entweder einen Link zu irgendeiner Seite posten, wo das steht, weil ich hab vorher nichts, was ich jetzt gefunden. Ich hab auch nicht allzu lang gesucht, weil ich immer keine Lust mehr hatte. Ähm, dann. Ich stand eigentlich auf diesem Teil drauf, oder? Ist okay. Ich würd sagen, wir sind uns doch alle einig, dass ihr auf diesem Teil drauf stand, oder? Wenn ich Game Over gehe, wie, wie muss ich das? Das ist so ein Game Over, wo du von vorne anfangen musst, oder? Das ist so ein, ach nee, ist es nicht, okay. Ähm. Ich stand auf diesem Teil drauf, zum einen. Ganz klar, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Und wenn ihr perfekte Einstellungen für diesen Emulator kennt, als er gut aussieht, dann dürft ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich nutze den BGB-Emulator. B, G, B. Zuerst ein B, das kommt nach dem A, dann ein G, das kommt nach dem F. Ja. Und dann auch ein B, das kommt vor dem C. Dankeschön. Der Mann muss überlegen, wann der Buchstabe K kommt. Okay. Wir haben Halbzeit, Leute. Halbzeit-Hype. Was ist da drin? Mario will haben. Boink. Karotte. Okay, ich würde sie jetzt... Okay. Wap, da, 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 da rein. Okay. Okay Also ich bin auf den nicht draufgesprungen Das stimmt wohl Nein, jetzt fickt doch die Hütte Okay Mario, jetzt los Engage Engage Karotten engage Karotten engage Taktik 4028 4028 Weißt du was ich meine Mario? Nein Sehr gut Das möchte ich von dir hören Halt die Fresse Mario Wir sind hier Mario Wir sind am Ziel Passt Wir sind ein Pinguin Äh Vogel Pinguine sind ja Vögel Ich werde wahrscheinlich verkacken Ähm Ich kann auch fliegen Bitch Du triffst ihn nicht Patrick übrigens Ähm Patrick Please Okay Langsam ist es nicht mehr lustig Langsam ist es echt Haa 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 Nein, ich hab dazu nichts mehr zu sagen. Alles klar. Ich hab dazu nichts mehr zu sagen. Ich hab dazu nichts mehr zu sagen. Okay. Wie kriegen das hin? Wenn ihr nochmal ein paar Zehen wollt, schreibt sie in die Kommentare und danke an Cluezy für den Vorschlag. Wenn ihr die Folge gefallen, dann lasst einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Link zur nächsten Folge und zu Playz-Up direkt unten in der Beschreibung. Und auch einen Link zum Video, wo ihr alle Spiele-Kriterien finden könnt und so weiter. Ich wünsche euch auch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, was geht denn noch zu sagen? Also, tschüss, silly.